Hi! Ich habe heute mal zu Besuch den guten Denzu oder auch Dennis, aber die meisten Leute werden mich unter Denzu kennen, denn du hast ein wunderschönes Geschäft, in dem wir gerade drinnen sitzen. Das ist übrigens Werbung, weil Denzu ist einer meiner Partner, bist im Zimray-Shop und wir werden uns heute mal ein bisschen mit Denzu unterhalten, wie das hier entstanden ist, denn du warst ja nicht immer in diesem Laden, oder? Ne, das war eigentlich erst seit kurzem sogar hier an dem Standort. Seit August diesen Jahres sind wir jetzt hier in die Selbstständigkeit und nicht mehr nur als Nebenjob. Du hast also als Nebenjob angefangen. Wie kann man sich das denn vorstellen, wie du da so reingeschwittert bist? Weil du musst ja irgendwie da reingeschwittert sein. Ja, das fing eigentlich an, ich war ja auch mal Content Creator so nebenberuflich auf Twitch, auch mit Livestreams und ja, das fing eigentlich so an, dass man so selber auch enthusiastisch, wie man ja ist, auch mal Teile selber baut und eigentlich fing alles so ein bisschen mit der Denzu-Flex tatsächlich an, die es auch heute noch gibt. Damals noch 3D gedruckt und von mir persönlich gelötet. Leute wollten das dann gerne auch kaufen und da kam eigentlich die Idee so ein bisschen auch von diesem Online-Shop. Die Partner, die ich damals schon hatte, Cube Controls zum Beispiel, die haben wir mit an Bord genommen direkt. So fing das eigentlich an. Okay und das war vor drei Jahren und das hast du aus deiner Wohnung getrieben? Ja, in der Garage habe ich ein kleines Lager gehabt mit zwei Regalen. Ja, zwei Regale, ja? Ja, okay. Als ich heute so daran denke, ist schon witzig, ja. Also falls ihr die Ladentour euch später noch anguckt, dann wisst ihr ja, was aus zwei Regalen geworden ist. Wie bist du denn von da auf an weitergegangen? Also wenn du jetzt deine eigenen Produkte gemacht hast, wie bist du denn vorgegangen, dass du gesagt hast, okay, machen wir jetzt einfach größer oder was war die Idee dahinter? Also im Prinzip war es so, dass die Nachfrage auch relativ groß war und ich wollte auch Produkte anbieten, die jetzt sonst eigentlich in Deutschland gar nicht so gut verfügbar waren. Das war nachher auch die Intention zu sagen, hey, wir wollen auch das irgendwie komplett anbieten, dass wenn man sagt, okay, ich kaufe jetzt hier irgendwie ein Lenkrad, wo kriege ich dann ein Quick Release dazu, muss ich das in dem Shop und das in dem Shop bestellen und ich wollte so, mein Ansatz war immer, ich wollte das so ein bisschen zusammenführen, dass man sagt, okay, ich kaufe jetzt das Lenkrad und die Wheelbase und das Bitrelease in einem Shop und dabei drei verschiedenen Shops. Ja und so hat man das peu a peu im Prinzip aufgebaut, verschiedene Hersteller natürlich angefragt, wie sieht es denn aus, können wir da was zusammen machen? Ja und heute haben wir halt ein Sortiment mit über 30 Herstellern insgesamt, über 500 verschiedene Artikel im Onlineshop und hat sich einfach so im Laufe der Zeit entwickelt, ein gesundes Wachstum, sage ich mal, an einer Stelle, weil wir rein aus unserem Lager verkaufen, also kein Dropshipping oder Pre-Order oder sowas anbieten, da bin ich einfach kein Fan von. Das war so immer meine Strategie zu sagen, wir verkaufen nur das, was wir auch wirklich da haben, damit ich verantwortlich bin, wann es der Kunde bekommt und nicht der Hersteller. Ja. Und das ist ja eine Priorität, die man sich setzt, die aber auch sehr kostspielig ist, muss man sagen, ich hatte so ein paar Dinge, die mir da natürlich auch geholfen haben, das finanziell zu stemmen aus privater Natur, sage ich jetzt mal, dass man das überhaupt hätte stemmen können und so wurde das eigentlich immer weiter ausgebaut, das ganze Sortiment auch weiter ausgebaut. Wenn wir jetzt mal ganz weit zurückspulen, du hast ja, was war denn dein eigentlicher Job, aus dem du mal gekommen bist, weil du bist ja nicht, hast ja nicht schon immer das hier gemacht. Ja, also ich bin mir dir auch sehr interessant. Ich bin gelernter Bürokaufmann, habe nach meiner Ausbildung in einer Einrichtung angefangen, in der Personalabteilung und Finanzbehaltung, habe da nebenbei immer ein bisschen IT mitgemacht, weil IT war in der Schule schon immer so meins, sage ich mal. Auf Lahnpartys wurde ich immer eingeladen, um das Netzwerk zu machen. Ja, und dann habe ich nochmal ein IT-Studium gemacht und habe dann auch in der selben Firma, wo ich gearbeitet habe, im Büro, habe ich dann aber die IT komplett übernommen und jetzt nach fast 20 Jahren in der Firma dann den Nagel an die Wand gehängt, sozusagen. Also ich habe immer schon Gewerbe gemacht, das muss ich dazu sagen, schon in meiner Ausbildung habe ich einen Gewerbeschein gehabt. Damals habe ich Computer gebaut. Es gab mal Phasen, da habe ich Auto-Tuning-Teile über Ebay verkauft. Okay. Also ich sag mal irgendwie immer so ein bisschen was mit Autos oder Computer. Simracing. That's it. Ja gut, das ist ja die beste Kombo quasi. Ja. Wie bist du denn selber in Simracing geschlittert und wann bist du in Simracing geschlittert? Das fing eigentlich auch so mit der Streamingzeit an, sodass es eher in Richtung professionell um Simracing geht. Vorher natürlich Autospiele mit Lenkrad und so schon gehabt. Da gab es noch gar kein Feedback. Also schon ganz früh angefangen. Ja. Aber durch das Streamen, also ich war dann auch eher so auf dem Forza Motorsport und so Geschichten, also spielen und durch das Streamen. Ich habe damals angefangen zu streamen nach der unglücklichen Situation in der Familie, wo ich mal einen Schalter um und habe gesagt, immer nur arbeiten bringt auch nichts, man muss mal irgendwas machen, auch so was Spaß macht. Und da fing ich an mit dem Twitch und das ging damals mit Forza Horizon. Das war so Twitch. Da habe ich mit meinem Stiefsum zusammen abends gezockt. War immer ganz witzig und irgendwann kam man dann mal Richtung Forza Motorsport und dann haben wir gesagt, nee komm, iRacing muss her. Das ist irgendwie kompetitiv. Wir sind ja auch im Forza Horizon schon kompetitiv. Immer eine Strecke, die ganze Community immer versucht, die beste Zeit zu schlagen. Und so kam es nachher eigentlich dazu, dass ich so mit Simracing dann auch reingerutscht bin. Habt ihr denn zu der Zeit schon Rigs gehabt? Oder habt ihr noch Controller oder am Schreibtisch? Also ich habe schon einen Rigs gehabt, sogar noch lange vor meiner Streamingzeit. So, sag ich mal, vierkant Rohrgestelle, wie es hier halt gibt, so für unter 200 Euro, sag ich mal. Hab früher auch schon damals, als es rauskam, das Logitech G25, das war ein absolutes Highend Lenkrad für damalige Bedingungen. Also das war, das habe ich auch zeitlang wirklich am Schreibtisch noch gefahren, tatsächlich. Und irgendwann wollte man dann ein eigenes Rigs haben und so weiter. Aber das liegt schon, ich würde sagen, 15 Jahre zurück. Okay. Also du warst schon sehr, du warst schon quasi als Pionier unterwegs. Ja, schon sehr früh, sag ich mal, auch wirklich so ein Rigs gehabt. Und dann auch verschiedene Entwicklungsstufen, wie sie jeder so geht. Wir haben glaube ich alle mehr als genug Iterationen unserer Rigs, wenn man drüber nachdenkt. Ich meine, wenn man jetzt hier mal so in den Laden guckt, du hast ja hier schon nur in diesem Raum, in dem wir gerade sitzen, hast du ja den Präsentationsraum quasi. Da stehen ja schon sechs Stück drin. Ja. Wie hat sich das denn für dich entwickelt im Laden? Also nach was hast du denn Ausschau gehalten? Weil wenn du seit drei Jahren dabei bist, gab es ja früher gar nicht so viel Auswahl, wie du jetzt hast. Das stimmt. Also ich hatte auch damals gar nicht so viel Platz. Also wir hatten ja vorher in einem ganz normalen Einfamilienhaus gewohnt. Da war das wie gesagt so ein bisschen in der Garage. Die Kinder wurden dann erwachsen, zogen dann aus, dann konnte man noch ein zweites Lager. Leider war es dann irgendwann mal so weiter, standen dann vier Rollencontainer im Wohnzimmer. Und wir haben händeringend nach einem größeren Haus gesucht. Das war dann so der, vor einem Jahr waren wir dann noch nicht in Lich, sondern in Busek, wo wir auch einen kleinen Raum hatten für Kunden, wenn die was abgeholt hatten. Da hatten wir einen Simulator aufstehen zum Testen. Und da hatte ich auch einmal schon ein bisschen größeres Lager und man konnte privat im Geschäft auch trennen. Ja und das hat man nach nicht mal einem Jahr mal gesagt, das ist einfach zu klein. Wir brauchen doch was noch größeres. Aber den Step hast du leider einfach gebraucht. Auch wenn der Step teuer war, muss man einfach sagen, haben wir jetzt im Nachhinein gesehen. Und man sich natürlich ärgert, aber ich sag mal, diesen Step von diesem Einfamilienhaus auf diese Geschichte hier, da wäre der Sprung zu groß gewesen. Diesen Zwischenstep hat es leider dann gebraucht, um da zu sein, wo ich heute bin. Bist du mit dem zufrieden, was du hier angefangen hast? Ist das für dich schon die letzte Stufe? Oder sagst du, da kommt auch was hin? Also ich würde heute sagen, es ist die letzte Stufe. Stand jetzt heute? Stand jetzt heute, ja. Das sag ich bewusst, weil nichts ist so beständig wie Veränderung. Aber man muss auch einfach, ich muss auch selber für mich eingestehen, viel mehr wie das Volumen, das wir im Moment hier so durchziehen, schaffen meine Frau und ich zusammen am Tag dann auch gar nicht. Und deswegen muss man auch immer mal ein bisschen Inhalt und schauen, muss jetzt das oder jenes noch mit dazu? Oder sagt man einfach, okay, es ist jetzt so gut, wie es ist? Sicherlich verändert sich das eine nochmal, ein Hersteller geht vielleicht raus, ein neuer kommt rein, ein bisschen Sortimentswechsel hat man ja sowieso. Durch viele neue Produkte, die einfach auch kommen. Ja, also sag mal, größer geht immer. Aber ich bin schon hier wirklich sehr happy, dass ich hier auch diesen Luxus habe und kann hier so einen Raum für die Kunden anbieten. Wenn du jetzt sagst, das jetzt gerade ist der Ist-Zustand, wie viel geht denn so an einem Tag weg? An Volumen, sag ich mal, wir haben so im Schnitt so 30 bis 50 Bestellungen, je nachdem. Am Tag? Am Tag, ja. Also es ist mal auch kleiner, man merkt, wenn Monatswechsel ist, muss man auch klar sagen, es hängt auch viel an Verfügbarkeit. Das ist eigentlich auch ein limitierender Faktor, weil, wie vorhin schon gesagt, verkaufen wir nur ab Lager und nicht auf Vorbestellungen. Und wenn wir jetzt eine Palette VHS-Pedale reinbekommen, dann sind die meistens am selben Tag auch weg. Und dann hat es einfach viel mit Verfügbarkeit zu tun. Ja. Was ist denn so an Black Friday gegangen? Ich meine, wir haben jetzt den 30.11. Bist du fertig mit Black Friday? Ja, mit Black Friday war ich Montagvormittag tatsächlich fertig. Aber ich habe auch das ganze Wochenende durchgearbeitet. Also es gab am Wochenende wenig Zeit, um sich mal auszuruhen. Es wurde echt, also ich habe diesmal nicht wie letztes Jahr, wo ich Freitagnacht schon gearbeitet habe, bis morgens um vier. Ja. Weil da musste ich ja morgens noch arbeiten. Ja. Jetzt ist das ja meine Arbeit. Also konnte ich sagen, Freitag, ich gehe erstmal schlafen und fange morgens dann an. Ja. Freitag war das natürlich nicht alles zu schaffen. Freitag war schon der extremste Tag, sage ich mal so, mit über 200 Bestellungen an einem Tag. Und insgesamt haben wir so das Wochenende so rund 350 Bestellungen hier abgearbeitet. Aber wir reden nicht immer nur so von kleinen Kram, oder? Ne. Also wir reden schon, gerade am Black Friday haben wir auch diverse Angebote gehabt, mit Wheelbase und Pedale und so weiter. Und dann waren das natürlich, es waren insgesamt 18 Kubikmeter Ware, wenn man sich das mal so vorstellt. So ein Post-Roll-Container, die haben zwei Kubikmeter und es waren insgesamt neun Container voll. Da hat sich die Post gefreut beim Abgrund. Ja, da haben die sich sehr gefreut. Musstest du selber noch was wegfahren? Nein, das haben wir diesmal tatsächlich nicht machen müssen, weil die wirklich mit einem LKW kamen. Freitag und auch am Montag. Speziell angemeldet, dass sie mit einem leeren LKW kommen und unsere Pelter mitnehmen. Okay. Das ist ja auch eine witzige Geschichte, die du mir mal erzählt hattest, dass du selber noch Post hinterher fahren musstest, als du viele Bestellungen kriegst. Das war nach der SimRacingExpo, oder? Ja, das war nach der SimExpo. Da waren wir natürlich auch ein paar Tage nicht hier, das muss man auch sagen. Wir sind ja mittwochs abends hier weggefahren, haben auch montags abends erst nach Hause. Musste man natürlich alles nacharbeiten und dann war das zu viel, das haben die dann nicht mitgenommen. Dann habe ich das Zeug den Anhänger geladen und den Sprinter. Und das ist ja 15 Minuten von hier, da bin ich am Postparteizentrum. Und dann habe ich da halt selber Postdienst gespielt. Das ist ja auch eine feine Sache. Wenn du jetzt mal so überlegst, wie hat sich denn dein Tagesablauf eigentlich gewechselt, seitdem du das hier Vollzeit machst? Das würde mich auch mal interessieren, wie dein Tag aussieht. Das ist echt interessant, weil ich hätte gar nicht gedacht, dass es so krass ist. Ich habe ehrlich geglaubt, ich hätte mehr Freizeit. Hast du aber nicht? Nein, nicht wirklich, weil dadurch, dass wir hier mit dem Wechsel in die Selbstständigkeit auch nach Licht übergezogen sind. Hier in diesem größeren Lager haben wir ein bisschen mehr Sortiment auf. Dadurch ist einfach doch mehr Arbeit geworden. Vorher war mein Tagesablauf ja Arbeiten gehen. Gut, man hat auch viel im Homeoffice gemacht und konnte auch mal in der Pause mal Pakete packen oder auch während der Arbeit auch mal E-Mails beantworten oder ans Telefon gehen. Ja, das war jetzt nicht so das Drama. Abends halt Pakete gepackt bis nachts, bis man ins Bett gegangen ist sozusagen. Und jetzt ist es halt anders. Morgens fange ich schon auch früh an. Ich versuche eigentlich so ab 7 Uhr im Laden zu sein. Pack dann Pakete. So bis 10, halb 11 habe ich im ersten Schwung eigentlich weg. Das heißt, die Pakete stehen dann zur Abholung für die Post bereit. Und dann ab 10 Uhr, Dienstag bis Donnerstag, haben wir ja hier auch den Laden geöffnet. Ab 10 Uhr geht das quasi ja los. Und dann ist es auch doch so, dass tatsächlich auch viele Leute hierher kommen. Also habe ich am Anfang auch nicht einschätzen können, sage ich ganz ehrlich. Ich habe gedacht, na gut, wir machen das halt mal, gucken wie es so angenommen wird. Und wir mussten jetzt ja einen Tag schon rausnehmen, den Montag. Weil das dann doch einfach sehr viel Zeit bindet und dann andere Sachen einfach liegen bleiben. Und eigentlich ist der Tag dann bis 15 Uhr eher hier im Lager und im Laden. 15 Uhr mache ich meistens einen Break. Da ist der Laden zu. Da ist das Telefon auch aus. Ja. Dann Tasse Kaffee. Mal einen Augenblick wirklich mal runterkommen. Ja. Und dann geht es eigentlich am PC. E-Mails gucken, was ist zu beantworten, was ist im Discord los. Ja. Und dann abends fange ich dann meistens nochmal an. Also meistens machen wir dann auch nochmal einen Break. So mal Abendessen. Vielleicht mal ein Stündchen wirklich auf die Couch, wenn du Zeit zuletzt. Ja. Dann abends, dann eigentlich nach dem Abendessen bin ich auch meistens noch hier im Büro, am PC und mache halt E-Mails. Weil Anfragen ist schon, das ist schon ein Großteil der Arbeit ist natürlich auch Anfragen, beantworten. Ist nicht immer nur das reine Pakete packen, das ist halt der körperlich schwerste Teil, so Waren, An- und Abnahme. Aber E-Mails beantworten ist auch schon zeitintensiv und das mache ich tagsüber fast nicht. Weil da bin ich halt im Lager, dann gucke ich da auch selten einfach in meinen E-Mail-Post. Muss ich schon sagen. Aber du antwortest bis dato noch auf alle E-Mails? Ja. Ich sage mal ja. Sorry, wenn irgendjemand andere mal... Kann vielleicht auch mal was untergehen. Also ich sage mal, das Problem ist die Vielfalt der Kontaktmöglichkeiten. Ja, ja. Hat man am Anfang vielleicht noch nicht so drüber nachgedacht. Heute ist Discord-PNs ganz schwierig. Wenn du 50 verschiedene PNs am Tag kriegst, nach vier Tagen findest du das nie mehr wieder. Ja. Kann ich übrigens bestätigen. Geht mir auch so. Manchmal schreibe ich in Flaire. Aber das soll nicht weh. Dann haben wir Ticketsystem, dann haben wir WhatsApp und E-Mail. Das biete ich alles an. Ja, und dann muss man jetzt irgendwann mal gucken, wie man das langfristig irgendwie auf einen Kanal geschleust kriegt. Weil manchmal findet man auch einen Überblick, muss ich sagen. Dann weiß ich noch, okay, irgendein Kunde wollte das und das noch wissen. Dann suche ich das raus, wo war es denn und ich finde es einfach nicht mehr. Ja. Weil es vielleicht im Discord war und da findet man sowieso nie mehr wieder was. Das ist leider so. Ich finde auf meinem eigenen auch nie was wieder. Ja. Es ist einfach schlimm. Also am liebsten ist es mir immer E-Mail, weil Suchprogramm im E-Mail funktioniert wenigstens. Wollte ich gerade sagen, da hast du mir jetzt alles reinhaufen. Ja. Wenn du jetzt mal deine aktuelle Kopflage beschreiben würdest. Was ist denn da so alles drin? Ist der Rammel voll? Also mein Kopf ist schon ziemlich voll, was das Geschäft angeht. Muss ich wirklich sagen. Und man muss auch erstmal, ich muss auch an mir selber ein bisschen arbeiten, dass man auch irgendwann mal wirklich Feierabend kriegt. Weil das finde ich jetzt gerade in den ersten zwei, drei Monaten war das überhaupt nicht möglich, mal nicht ans Geschäft zu denken. Weil es waren natürlich noch viele Dinge auch zu tun vor und nach Bereitung von dem ganzen Umzug, die ganze Publikation, Werbung platzieren, Banner beschriften und und und. Und tausende Dinge mit Herstellern. Dann hatten wir die ganzen Messen. Wir hatten ja sonst nie eine Messe besucht. Das waren dieses Jahr vier Messeauftritte. Wir haben vorher noch nie sowas gemacht. Und jetzt gerade im Oktober dann auf der ADAC Sim Racing Expo. Also Wahnsinn. Da war ich ja wirklich absolut geflasht, was da abgeht. Und das muss man auch erstmal alles verarbeiten. So die ganzen Eindrücke, auch viele Hersteller, die dann auf uns zukommen sind. Und man muss auch immer Entscheidungen treffen. Ja. Man muss viele Entscheidungen treffen an so einem Tag. Und gerade nach so einer Messe muss man auch viele Entscheidungen treffen. Und ich tue mich immer schwer mit Ablehnung. Sag ich, wie es ist. Ich bin einfach immer so, versuche immer irgendwie allen möglichen Menschen das Leben leichter zu machen. Ja. Und da habe ich doch gemerkt, kommt man auch mal an seine Grenzen. Ich habe mir gedacht, okay man muss auch einfach jetzt mal Nein sagen können. Weil sonst bin ich nämlich wieder an dem Punkt, dass das Lager wieder zu klein wäre. Und nochmal umziehen wird im Moment schwierig. Im Moment ja. Aber vielleicht ist es ja nächstes Jahr soweit. Ich wünsche es mir nicht. Sagen wir so. Wir haben jetzt in zwei Jahren diese zwei Umzüge gemacht. Und irgendwann muss man auch mal ankommen. Sagen wir mal so. Ja, aber wenn du jetzt mal so überlegst. Also wenn wir beide kurz mal so philosophieren über die Zeit. Wenn wir mal an 2020 denken. Ich habe 2019 angefangen. Und wir jetzt mal gucken, was wir für eine Vielfalt an Angebot haben. Wenn du jetzt mal nur hinter, also hinter euch jetzt, da hinten ist das Lager. Wenn du mal überlegst, was da jetzt drin ist. Bist du dir wirklich sicher, dass das nicht größer wird? Sicher kann man sich nie sein. Aber ich wünsche es mir, dass es hier bleibt. Ich meine, ich würde es dir wünschen. Aber vielleicht kannst du ja vorne die Parkplätze weg machen. Und noch eine Halle anbauen. Ja, das habe ich schon überlegt. Siehst du? Ich bin hier rauf gefahren und dachte mir so. Warte mal. Das Auto kann noch da stehen. Das kann noch da stehen. Da passt doch noch locker was hin. Da passen noch ungefähr sieben Meter alle ran. Habe ich schon mal geguckt. Aber ich finde es wirklich interessant. Also da ich ja heute das erste Mal hier bin und mir das ansehen kann. Dass man hinter dieser Tür in dem Lager, dass da wirklich nur Simracing zurück ist. Ja. Du überlegst mal, du hast ja noch früher einen Fall als ich. Als ich damals gefahren bin, gab es drei, vielleicht vier Anbieter. Ja, das ist schon schön. Ich finde es schön, dass sich so viel entwickelt hat. Ja. Weil dadurch sind auch die eingesessenen Hersteller gezwungen, Fortschritt zu entwickeln. Ja. Und nicht stehen zu bleiben. Und das finde ich hat der Branche und auch den Simracern selbst echt Gutes getan. Weil wir super viele Produkte haben, die auch einfach unglaublich hohes Level an Niveau haben. Super geile Funktionen, was alles in den letzten zwei, drei Jahren auf den Markt gekommen ist. Das ist Wahnsinn. Natürlich kann nicht jeder Hersteller überleben. Dafür ist der Markt einfach nicht groß genug. Ja. Da sind natürlich auch sehr viele Hersteller in den letzten Jahren an den Markt gegangen. Aber es hat sich dadurch einfach sehr viel auch weiterentwickelt. Ja. Und das, behaupte ich jetzt einfach mal, wäre vermutlich ohne Corona nicht passiert. Ne, das glaube ich nicht. Also Corona hat das wirklich schon auf ein sehr großes Level gehoben. Weil wir die Situation hatten, dass echter Motorsport plötzlich virtuell ausgetragen wurde. Und das gab so bei vielen einfach ein Umdenken. Weil vorher wurde das vielleicht von dem einen oder anderen eher belächelt. Ja, die sitzen da in ihrem Stuhl und spielen da Autorennspiele. Ja. Und es ist einfach viel präsenter geworden, auch in den allgemeinen Medien viel präsenter geworden, als noch vor Corona. Und das hat natürlich auch das Ganze befügelt, dass überhaupt dann so viele Hersteller am Markt kamen. Dass auf einmal mehr Bedarf da war, anstatt nur die drei, vier Hersteller, die es vielleicht vorher gab. Hat das für dich auch Konsequenzen gehabt? Gut, ich bin ja gestartet in 2020. Also es gab für mich kein Vor-Corona, was das Business angeht. Also würdest du jetzt sagen für dich selber, ohne dass man jetzt sagt, dass die Pandemie gut war für dich, also für dein Geschäftsfeld war es schön, dass es da war? Oder zumindest ist es nett, dass die Leute Interesse gefunden haben? Ich sag mal, insgesamt hat es der ganzen Simracing-Branche als auch den Anwendern am Ende was gebracht, weil es einfach mehr Brutto-Vielfalt gibt und einfach super viel Entwicklung in dieser kurzen Zeit stattgefunden hat. Und ich sag mal, ohne dass... Also klar ist immer ein bisschen unschön, wenn man sagt, Corona-Virus hat irgendwie was Tolles gebracht. Ja. Ja, das hört sich natürlich super mies an, Corona ist natürlich nicht gut, aber das hat Simracing verändert. Und das kann keiner sagen, dass es nicht so wäre, weil halt einfach Simracing viel präsenter ist, als es noch vor Corona war. Ja. Und das hat der ganzen Branche geholfen. Ob ich jetzt heute da wäre ohne Corona, wo ich jetzt bin, ich sag mal nein, weil wir so viele Produkte gar nicht hätten und auch nicht so viele interessierte Enthusiasten. Ich meine, wir müssen ja schon von Enthusiasten sprechen, mit der Hardware, die wir jetzt so vertreiben. Das sind ja auch alles High-End-Produkte im Prinzip für Simracer, die wirklich auch das Hobby schon längerfristig betreiben und nicht sagen, ich will mir das jetzt mal anschauen. Und ich sag mal, ohne diese Präsenz von Simracing insgesamt wären so viele Hersteller heute gar nicht am Markt. Würde ich jetzt mal behaupten. Nee. Und es kommen ja immer mehr. Ja. Das hört ja nicht auf. Nee, das ist völlig verrückt, oder? Ja. Also wenn man jetzt mal überlegt, wie Lo ja auch schon sagt ist, dass die VHS-Pedale waren ja bei dir wirklich dauerhaft ausverkauft. Ja. So, und wenn wir jetzt mal jetzt gerade, just in dem Moment darüber nachdenken, dass wir mindestens schon wieder zwei bis drei Hersteller haben, die nochmal neue Pedale hinterher schieben. Ja. Das ist echt verrückt, oder? Ja, das ist ein Wahnsinn. Also der Markt ist aber auch an Herstellern auch irgendwann gesättigt. Trotzdem tut es dem Markt gut, dass neue Produkte kommen, weil andere Hersteller auch mal wieder andere Ideen haben. Kopiehersteller brauchen wir heute keine mehr. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, vom Look und so weiter her, Heusingfeld war das Pedal damals. Ja. Ja. Und heute hast du halt dann VRS, dann gab es noch VJ Simracing, es gab noch DC-Pedale. Optisch waren die alle ähnlich gemacht, alles gekattete Platten sozusagen zusammengeschraubt. Und heute kommen immer mehr Sachen, die auch schöner aussehen, meiner Meinung nach. Und ich finde, man nimmt immer auch was mit, wenn es was Neues gibt, auch wenn sich das vielleicht nicht am Markt etabliert, weil Pedale als nicht namhafter Hersteller zu vermarkten, ist schon sehr schwierig. Muss man einfach sagen, wie es ist. Aber trotzdem kann es sein, dass dadurch gute Ideen in den Markt reinkommen. Sachen, die sich jemand traut, die sich niemand vorher vielleicht getraut hat. Ja. Und auf einmal ist es auch wieder ein Game Changer. Ich sage nur Thema RGB am Lenkrad. Das ist eine Rakete. Also Cube Controls mit dem F-Pro haben die das gebracht und jetzt gibt es eigentlich überall nur noch Lenkräder mit RGB. Und vor allem steuerbare RGB. Ja. Also das ist ja noch viel schöner. Also wenn wir uns jetzt mal darüber nachdenken, ich weiß ja nicht, wie du 2019 angefangen hast, aber bei mir war es damals in den G920 und dann das erste große war meine Fahrradtec DD1. Und das war ja schon echt viel Schnickschnack, den man machen kann. Aber wenn wir mal darüber erleben jetzt, also bei dir beispielsweise so die Densoflake oder dass wir Race Logic Nachbauten mittlerweile haben, dass wir Dashboards da drin haben, dass sich Leute irgendwie Kartons um ihre Rigs bauen und dann irgendwie solche Streben mit reinbauen für die Immersion. Das ist ja echt verrückt. Das ist ein Wahnsinn. Also es wäre auch gar nicht vorstellbar gewesen. Weil es die Technik auch gar nicht gab zu der Zeit. Nee. Und das finde ich auch einfach. Ich finde es auch cool, was jeder Einzelne, der seinen Rig individuell gestaltet, was da auch für eine Energie reingesteckt wird. Nicht nur körperliche Energie, sondern auch Gedanken, was da geplant wird und alles ganz akribisch, wie das gebaut wird. Ich finde es Wahnsinn. Das ist so ein schönes Hobby. Also ich sage mal, man kann es auch mit kleinem Geld anfangen, so ein Hobby zu starten und man kann sich da einfach so austoben in dem Bereich. Und das finde ich echt schön, dass es so viele Möglichkeiten einfach gibt. Ich nenne das immer so Lego-Kasten. Weil du, also dadurch, dass wir, wenn wir jetzt nur mal in den Markt gucken von kleinen Produkten. Also du kannst das ja sogar noch besser einschätzen, so a la Synco, also Goodies und Add-Ons. Davon gibt es ja mittlerweile auch tausende Sachen. Und dann überleg mal, was mit 3D-Druckern mittlerweile alles noch passiert. Was man sich alles 3D drucken kann und was die Leute da alles daraus bauen. Das ist einfach Wahnsinn. Schön zu sehen. Also mir macht das echt eine Freude zu sehen, wie viel Energie die Leute reinstecken, um das so zu haben, wie sie es haben wollen. Also auch wenn sich einer eine Aluplatte dahin legt, einen Feuerlöscher drauf. Ja. Man braucht es natürlich da nicht. Aber es ist auch einfach ein Wahnsinn, wie geil das aussieht. Definitiv. Also nur, wenn wir jetzt mal nur, weil das ja hier gerade in denen drin ist, die Bezel-Kids, dass du halt mittlerweile solche Bildschirmer hast. Und das einfach so eine riesige Fläche ist. Aber wo wir jetzt davon so sprechen und schwärmen, ist hier eigentlich Hardware mittlerweile über oder freust du dich noch genauso wie früher darüber? Also ich freue mich, wenn etwas Neues kommt, genauso wie jeder Kunde von mir ja auf jeden Fall. Du hast ja auch viel zum Ausprobieren. Du probierst die ja selber auch aus, damit die deinen Qualitätsstandards entsprechen. Ja. Also ich freue mich natürlich auf neue Produkte genauso. Muss ich ehrlich sagen, an meinem Simulator habe ich gerade das AMG-Lenkrad. Das ist ja auch erst ein paar Wochen am Markt. Ja. Und ich freue mich ja wie ein kleines Kind, wenn neue Sachen kommen und packe die gleich aus, um anzuschauen. Ja. Und ich probiere natürlich auch aus. Das ist ja klar. Also ich probiere nicht alle Produkte auf Langzeit. Das würde gar nicht gehen, dafür haben wir zu viele Produkte. Ja. Aber ich gucke zumindest, dass ich die Kernprodukte, wenn du mir einen neuen Hersteller mit reinnimmst, zum Beispiel SimMagic jetzt seit kurzem. Ja. Dann baue ich mir erstmal einen Rigg nur mit SimMagic. Also Pedale, Base, Lenkrad. Und dann fahre ich damit auch erstmal eine Weile, um zu gucken, was geht, was geht vielleicht nicht. Kann ich dem Kunden, der mich anruft und hat eine Frage vielleicht erklären, wie was geht. Weil ich muss wenigstens selber einmal aufgebaut haben. Ja. Weil sonst wird es natürlich super schwierig. Wenn einer anruft und sagt, wie schraube ich denn die Wheelbase an? Und ich sage, ja guck doch in der Bedienungsanleitung. Das ist aber auch was Besonderes, oder? Also empfindest du das selber als besonders, dass du dieses ganze Hintergrundwissen dir auch noch aneignest, dass du den Leuten helfen kannst? Ich sage mal, ich sehe mich als Fachhändler. Als Fachhändler für SimRacing-Bedarf. Ja. Und ich bin der Meinung, ein Fachhändler sollte vom Fach sein. Und er sollte wissen, was für Produkte er vertreibt. Man kann nicht alles wissen. Ganz klar. Also es gibt auch Spezialfälle, gerade wenn es um Kompatibilitäten geht. Ja. Und Umbauten und das damit verbinden und so weiter. Da kann ich nicht alle Konstellationen testen. Das ist einfach die Masse. Das macht es gar nicht möglich, alles zu testen. Aber ich bin einfach, für mich ist es so, als Fachhändler gehe ich eigentlich davon aus, dass man sich auch auskennt mit den Produkten, die man verkauft. Und deshalb setze ich das schon mir auch als Maßstab, dass ich das auch bieten will. Ja. Was ich übrigens sehr schön finde. Also selbst, ich finde das immer sehr interessant. Also unsere Partnerschaft ist ja, dass ich Sachen reviewen darf und du stellst sie mir zur Verfügung. Dass bevor ich es überhaupt ausgepackt habe, du eigentlich schon so eine Liste hast. Ja, das wird er bestimmt gleich fragen. Und dann kommt so Copy-Paste, kommt die Sache dann schon raus wie beim AMG-Lenkraft, was ich selber herausfinden wollte. Und dann schriegt Danzu mir, drück mal den Knopf. Dann ist das alles schon gemacht. Du sitzt und fummelst und tust und Danzu nimmt sie halt schon ab. Weil du hast die Produkte ja an manchen Stellen schon immer mal ein bisschen früher zum angucken gehabt. Ja. Also auch nicht immer, aber bei manchen Herstellern schon. Also bei manchen Herstellern haben die Reviewer eher die Produkte als wir. Also ich sag mal, die neuen Buttonplates von TubeControls, ich habe noch keine gehabt. Okay. Ich habe mal eine hier gehabt, aber nur kurz, weil die waren mal bei uns zu Besuch. Ja. Und hatten dann Koffer voll Sachen mit. Ja. Schon schöne Sachen, muss man sagen. Ich bin dann nicht nur der Kaufmann, der dann sagt, okay, was ist das EK, VK? Sondern ich nehme dann das Lenkrad in die Hand und sage, geil. Also du hast da schon noch richtig Freude. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das flacht echt nicht ab. Hätte ich auch gedacht, wenn man das so lange vielleicht macht, dass man so den Enthusiasmus da rein verliert. Aber nein, überhaupt nicht. Ich muss wirklich gestehen, also ich habe echt schon viel in der Hand gehabt. Aber hier drinnen ist man auch so ein bisschen glücklich, oder? Man sitzt nur hier drinnen. Also man weiß, es gehört einem eigentlich nicht. Also ich jetzt für meinen Teil. Aber es macht mich doch glücklich hier zu sitzen. Das ist doch schön. Ja. Weil hier so viel Schnickschnack ist, den man anfassen kann und ausprobieren kann, dass man sagt, ja eigentlich könnte man hier auch reinziehen. Ja, also das war auch genau so meine Idee, dass man Sachen halt hier testen kann. Weil das ist oft so, wenn man die Möglichkeit nicht hat, die Sachen zu testen. Und man kann sie nur mal anschauen, im Web irgendwie mit Bilder anschauen. Oder man guckt sich Reviews natürlich an. Aber selber testen ist immer nochmal was anderes. Und das war von Anfang an meine Idee. Als wir die erste Besichtigung hatten, wusste ich genau, dass das dieser Raum dafür hier wird. Ja. Da war früher eine Fahrschule drin in diesem Raum. Und ich habe gesagt, das wird auch sowas ähnliches. Nur halt wird ein bisschen schneller gemacht. Ja. Und für mich ist halt einfach die Vielfalt wichtig. Dass wir sagen, okay, wir haben hier SimoCube, wir haben eine SimMagic, wir haben eine VRS, wir haben auch verschiedenste Pedale. Natürlich wollen wir es auch ein bisschen als SimCenter nutzen, sodass die Leute auch hierher kommen können und können das als Erlebnis SimRacing buchen und hier auch fahren sozusagen. Betrifft eher Leute, die sowas nicht zu Hause stehen haben, ganz klar. Aber wir haben halt dann keine Einheitssimulatoren, dass alle gleich sind. Die sind halt alle unterschiedlich. Ja. Das ist so immer, wo ich manchmal so denke, ah, vielleicht wird das eine dafür besser, das andere dafür. Aber die Vielfalt finde ich einfach spannend. Ja. Ja. Also wo wir jetzt gerade von dem Ausprobierspruch haben und du hier drinnen ja schon eine Menge gebaut hast, baust du immer noch gerne? Ja. Auch noch? Ja. Also ich baue echt gerne, weil dann auch immer mal wieder Ideen kommen, auch nochmal was anders zu machen. Wir machen ja auch, natürlich super selten, aber ich biete ja auch so Ready-to-race-Simulatoren an, wo Computer, Bildschirme, alles fix und fertig konfiguriert und aufgebaut geliefert wird. Ja. So quasi Stecker rein, Power-Knopf und es geht los. Okay. Ähm, was mich am meisten nervt beim Bauen ist, weil das wird vielleicht die nächste Frage sein, Sitzschienen. Absolut mein Endgegner. Also ich mag nicht diese Sitzschienen verbauen. Das mag ich irgendwie immer nicht, aber ansonsten habe ich da echt immer noch Spaß danach und Bildschirme ausrichten bei Triple Screen. Das ist auch nicht so mein Favorite, aber sonst mache ich das doch noch sehr gerne. Warum hat noch kein Mensch gute Sitzschienen entwickelt? Sag mir das mal. Es gibt gute Sitzschienen. Gibt es aus dem Motorsport, aber die kosten meistens über 400 Euro. Und die will dann keiner bezahlen. Weil das ist einfach für das, was wir brauchen, einfach too much ist vom Preis. Ich kenne nur die Sitzschienen, wo man dieses olle Ding in der Mitte verbiegen muss und dann zusammenbaut. Und das ist wirklich so doof. Da geht mir richtig auf den Sack. Und ich denke mir immer, warum gibt es ja nicht irgendwas Einheitliches? Weil die Stühle sind ja alle gleich breit, glaube ich an. Nein, leider nicht. Ja, siehst du, deswegen sind die so auseinander. Genau. Aber es gibt schon auch andere Sitzschienen, aber die sind halt einfach überteuert. Weil realer Motorsport, sag ich jetzt einfach mal so, da ist alles relativ teuer. Ja. Und da, wenn man so eine Sitzschiene halt nimmt. Nee. Nee. Machen wir nicht. Jetzt hast du mich auf die Idee gebracht, wir müssen irgendwann mal Sitzschienen entwickeln, aber in günstiger. In günstiger. Ja. Und welche funktionieren und nicht so im Pain-Sinn einzubauen. Also ich habe gerade welche, ne? Am liebsten möchte ich die jedes Mal wegschmeißen. Bei dir kennst du wahrscheinlich das Phänomen. Du biegst die auseinander. Mhm. Und dann ist aber unten das letzte Stück, was nochmal so gerade sein soll. Das ist dann nachher schräg. Ja. Und dann triffst du immer die hinteren Löcher, aber die vorderen passen nicht mehr rein. Die sind nicht mehr rein, ja. Oh. Nicht schön. Schreib das bitte in die Kommentare, wer genau dieses Problem kennt und es verflucht. Ich sag's dir wie es ist, ne? Wenn du dafür was entwickelst, für einen angenehmen Preis, ich glaube das wird dumm und dämlich gekauft. Ja, ich glaube man kann sowas auch entwickeln, aber ja, muss man halt echt überlegen wie. So, jetzt ist hier die Frage, wer möchte uns crowdfunden, dass wir das entwickeln. Das wird's. Das kann man ja in die Kommentare schreiben. Das kann man ja in die Kommentare schreiben. Das wird so ein Crowdfunding-Ding, wir entwickeln einen neuen Sitzschied. Ja. Aber wo du sagst, Triple Screen ausrichten, was regt dich denn dabei am meisten auf und was war das Schönste, was du je in der Hand hattest, was dir das erleichtert hat? Ja gut, aufregend tut mich das, einfach die Höhe oder der Winkel da nicht stimmt oder die Bildschirme da nicht richtig beisammen sind. Ja. Ist ja entweder zu weit hinten, zu weit vorne oder zu hoch oder zu tief. Mhm. Mario Besa Mount. Beste Erfindung ever. Aber wir haben jetzt seit bestimmt drei Monaten nicht mehr am Lager. Das ist halt leider so. Die man mit Schrauben quasi oder? Eigentlich würde es anpassen. Wo man die Bildschirme auch einfach, das finde ich übrigens auch sehr gut, wird jetzt natürlich für normale Sinracer ist es natürlich nicht so interessant, aber ich finde es gut, dass man die Bildschirme auch einfach rausheben kann. Ja. Weil wenn wir ein Triple Screen Setup hier haben und müssen das auf eine Messe bringen, müssen die Bildschirme ab, sonst komme ich aus der Tür nicht raus. Und deswegen finde ich das mit dem Mario Besa, hebst du sie einfach nur raus. Das ist schon gut. Ja. Okay, jetzt pass auf, wo wir jetzt gerade davon sprechen. Was findest du, ist so in den letzten, also sagen wir mal in der Zeit, in der du jetzt das hier schon machst, was war das Schönste und die feinste Sache, die entwickelt wurde, die dir das Leben leichter gemacht hat? Also sowohl beim, also wir reden nur von Simracing-Hardland. Boah, das ist eine sehr schwierige Frage, weil man sich ja festlegen muss. Du kannst meinetwegen auch mehr nennen, das ist auch wichtig. Das ist eigentlich super schwierig zu sagen, weil man muss jetzt erstmal so die Gedanken sammeln, was ist in diesen drei Jahren, mein Setup hat sich ja selbst, ich bin ja damals, als ich angefangen habe, Trustmaster T500 oder T-R-S-5. Ja. T-500-RS glaube ich. Dann auch Fanatec V25, Fanatec BD2, VRS, mittlerweile Simu-Q. Boah, was war das, glaube ich, das hat am meisten gebracht? Ich kann es dir echt gar nicht sagen. Heute würde ich sagen, das Pedal, das ist schon ein absolut anderes Produkt. Ich freue mich, es ist noch nie gefallen. Dann wird es heute auf jeden Fall soweit sein. Ich habe auf der Messe, habe ich immer gesehen, wie die Leute angestellt sind. So, ne, das stelle ich mich nicht an. Ja. Würde ich noch nie gefallen. Tatsächlich so, dass, ich meine, ich finde, das ist schon ein krasser Preis, muss man einfach sagen. Ja. Aber ich finde es auch unfassbar, wie viel Entwicklung auch da drin steckt. Mhm. Und das sehen viele ja einfach auch gar nicht, wie viele Jahre Entwicklung. Und das müssen die sich ja irgendwo auch wieder reinholen. Der Hersteller muss sich das ja am Ende auch wieder reinholen. Aber ich finde das schon krass anders, so was es früher so gar nicht gab. Und dann klar, diese Geschichte, Direct Drive, gab es ja vorher auch so nicht. Ja. Das hat natürlich auch viel verändert. Und was einem jetzt sonst das Leben leichter macht. Ich sag mal, ich finde vieles, was wir so am Rick haben, auch du, das ist alles nice to have, aber nicht must have. Also ich habe ja auch hier viele Kunden, die wirklich erstmal von sowas Schreibtischlösung kommen und wollen jetzt ein bisschen professioneller sich aufstellen. Da sage ich immer, Dashboards und da noch eine Flag und da noch irgendwie eine Race Logic und eine Buttonbox braucht man zum Starten nicht. Nee. Das kommt später, wenn man sagt, ey, jetzt will ich irgendwie da nochmal was anders haben. Weil man einfach richtig Bock da drauf hat. Und was man braucht, ist immer nicht das, was man hat. Sondern das ist nachher immer nice to have, aber kein must have. Also ich kann mich gar nicht festlegen, was es ist, was am meisten gebracht hat oder was am schönsten so. Ich finde die meisten Lenkräder halt echt schön, gerade wenn sie neu sind. So, wenn man sie dann mal ein halbes Jahr gefahren hat, denkt man, oh ja. Jetzt kommt ja mal wieder was neues raus. Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht beim letzten Lenkradweg. Ach schön, dass mal wieder neue Tapete vorhanden ist. Ja, weil das das einzige ist, was man halt eine ganze Zeit in der Hand hat, wenn man fahren. Das muss man halt schon sagen. Deswegen haben auch die meisten nicht nur ein Lenkrad, die jetzt schon länger sind. Das ist einfach so. Und nicht unbedingt, weil sie sagen, ich fahre jetzt Euro Truck Simulator und ich will Formel fahren und ich will GT fahren, sondern einfach weil es schön ist. Also ich sage dir, ich habe eine Sache, die mir sofort in den Kopf kommt und das ist das magnetische Kabel von K1514. Oh ja, das ist echt toll. Also das ist ein absoluter Banger. Ja, und das wäre echt was für die gesamte Industrie. Aber soweit ich weiß, gibt es darauf kein Patent. Ich habe die mal gefragt und ich habe denen mal einen Anreiz gegeben, vielleicht können die das ja mal auch anderen Herstellern anbieten, das System zu übernehmen. Biocontrollers verkauft es vielleicht anderen Firmen, sowas. Weil das ist schon echt gut gemacht. Also da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Das ist wirklich prima. Und bei allem, was es so gibt, die ganzen DIN-Stecker und da wieder mit Verschrauben und hast du nicht gesehen, verkanntest du einmal, warst das. Die Schraube kriegst du nie wieder an. Nein. Nein. Und da hast du schon recht. Da hast du schon eine krasse Fortentwicklung, die gar nicht mehr wegzudenken ist. Bei den neuen Lenkrädern ist es schon fast wieder selbstverständlich geworden, dass die bei Cube Controls die neuen Lenkräder alle mit diesem Magneten-Connector sind. Aber es bräuchten andere auch. Es wäre halt cool, wenn wir ein Kabel für alle hätten. Das wäre wirklich geil, ja. Und dass du sagen kannst, komm zack runter und beim nächsten klackern und dann… Ja, weil das Problem ist ja oft, wenn man ein Lenkrad antauscht, dann musst du wieder Kabel neu. Ich dachte erst am Anfang dachte ich, als vom Grid die Lenkräder kamen, also das Porsche und das MX, die hatten so einen Dongle dabei für USB und Netzteil. Netzteil auch schon inklusive. Und dann kannst du die an das Rig schrauben und dann hat so ein Spiralkabel DIN auf DIN, glaube ich mal. Und dann konntest du das so ans Lenkrad. Und dann habe ich erst in dem Moment gedacht, was wenn das alle Lenkräder hätten. Weil dann hättest du immer diesen Connector, schließt deinen Lenkräder an. Aber jetzt mit dem Magnet-Ding, das wäre natürlich nochmal besser. Das wäre wirklich sehr gut, ja. Das wäre schön. Was war denn so das vielleicht unangenehmste, was du so beim Bauen verbaut hast? Wo du sagst, du musst ja keinen Namen nennen, aber so in die Richtung vielleicht. Meinst du, wenn ich einen Simulator aufgebaut habe, war es unangenehm daran? Also Sitzschienen hatten wir ja schon. Aber was auch immer ein Pain ist, ist halt Wheelbase. Wheelbase, wenn du die verbaut hast und merkst dann, ah, die müsste noch fünf Zentimeter höher. Nee, pass auf, viel schöner ist, du hast alles ausgerichtet, hast es festgeschraubt, setzt dich rein und stellst fest, aber meine Pedale passen ja gar nicht. Und es steht aber schon unter dem Monitor. Boah. Und du kommst einfach nicht mehr unten rein. Ja. Ja. Darum habe ich die Simulatoren hier alle auf Rollen stehen. Ja gut, den nehmen wir, oder? Den D-Box nicht. Nee, den D-Box nicht. Das ist wirklich sehr unangenehm, ja. Aber Wheelbase, sag ich mal, wenn du dann, du hast alles verbaut, setz dich rein und merkst, verdammt. Verdammt. Du musst alles auf ein Stückchen. Und dann hängst du ja da auf die Klinik. Ja. Wir kennen es alle, oder? Die sind ja alle nicht so leicht und dann sitzt man mit einem Arm so auf dem Bein ab dem Schild. Aber ich habe gehört, da gibt es einen Hersteller, der hat da schon was gegen gemacht. Aber wir haben es nur in Europa. Ja. Das wäre schön, wenn wir das kriegen würden. Das wäre wirklich prima. Vielleicht wäre es schön, wenn wir sowas selber bauen könnten. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das könnte man auch wieder willkommen machen. Weil ich sagen muss, bei Simcor jetzt zum Beispiel, bei der Simcor Wheelbase Mount, die haben ja auch solche einzelne Metallteile rund drunter, dass es nicht runterrutschen kann, wenn es löst. Das finde ich auch schon eine gute Idee. Ja. Aber es ist natürlich nicht so komfortabel wie Advanced Simracing mit dem... Das ist schon geil, ne? Als ich das gesehen habe, habe ich mich wirklich gefreut. Ich habe es auf der Messe gesehen und ich habe es nicht gefunden, die war ein Jahr lang nicht. Und dann kam bei mir ein Zuschauer, kam rein und sagt, ey, Dizzy, das ist hier Advanced Simracing. Guck da mal rein. Ich gucke. Der hat es gefunden. Ich gucke so in Kanada. Nein. Ich kann ja mal bei GSI nachfragen, weil die Ricks müssen ja noch irgendwo in Deutschland sein. Die haben die ja sicherlich nicht wieder mit in die USA oder nach Kanada genommen. Ich weiß es nicht. Ob wir vielleicht mal eins wenigstens hier bekommen können. Das wäre schlecht. Ich glaube, Dan hatte sich damals eins besucht. Ah, okay. Kann natürlich sein, ja. Ich glaube, der hatte irgendwas erzählt, aber er hat es glaube ich nicht. Nein. Nein. Müsste ich jetzt auch nicht. Da müsste man wirklich mal nachfragen. Und mal nachforschen, wie das dann funktioniert. Ich stelle mir das so schön vor, ne? Ja. Ich sag mal, irgendwo ist es natürlich eine Entwicklungssache. Wir kriegen ja jetzt auch mittlerweile am Markt ein bisschen Bewegung in die Aluprofilsysteme rein. Die machen jetzt halt schräge Vertikalprofile. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber sieht vielleicht ein bisschen schicker, schnittiger aus. Kann man halt schlecht was dran montieren. Farbe ist ein Riesenthema. Aber dieses, genau dieses Thema mit Verstellbarkeit. Ja. Also da muss halt was her, was auch bezahlbar ist. Weil es gibt vollmodulare Systeme, elektrisch gesteuert, die sind aber so teuer wie ein Kleinwagen. Ja. Das kann sich jetzt kein normaler Simracer leisten. Das ist eher was für den gewerblichen Bedarf, wenn es vermietet wird oder sonstiges. Aber sowas in der Richtung müsste man, müsste man echt mal haben. Das wäre eine Veränderung bei den Ricks. Ja. Aber Pedale wäre auch schön. Miii. Sowas. Ja, aber auch, weißt du, es gibt ja diese Pedalschlitten, wo du auch diesen Zug hast. Ja, das sind die gleichen wie die Seed Slider. Das ist ja auch nicht so schön, aber das von Advanced Simracing und das unten für die Pedale auch. Ja. So richtig, dass du so schöne Sliders hast. Ja, das muss halt dann auch fix sein. Das ist der Nachteil bei, wenn du Seed Slider für die Pedale verbaust, dass du dann doch auch ein bisschen Spiel drin hast. Und das ist für unsere Load Cell Pedale natürlich tödlich. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das geht nicht. Da bin ich absolut kein Fan von. Und deswegen gibt es das zum Beispiel bei uns auch nicht. Weil Track, wir haben ja Track als Civic Anbieter und die haben eigentlich diese Platte mit dem Slider. Ja. Ich habe gesagt, ich will nur die Platte haben. Ich brauche den Slider nicht, weil ich will das so nicht verkaufen. Weil das in meinen Augen nicht taugt. Und deswegen gibt es das bei mir auch so nicht. Da gibt es nur die Platte, ich habe da noch so Abstandshalter dazu, weil wenn du Pedale auf die Platte schraubst, hast du unten die Mutter. Ja. Kannst du nicht direkt aufs Profil. Und deshalb habe ich dann solche Abstandshalter einfach bestellt bei einem anderen Hersteller und verkaufen das dann halt so ohne diesen Slider. Weil mit Slider und Load Cell außerdem immer Bewegung. Stell dir vor, du müsstest pro Simulator 2 so einen Slider bauen. Brauchst du 2? Für den Sitz und den Slider. Achso. Achso. Ja stimmt. Das ist genau dasselbe Produkt. Ja. Es ist genau so aufgebaut. Sondern das alleine dieser Pain ist es mir nicht wert. Guck mal. Wir haben jetzt schon in diesem Gespräch drei Sachen gefunden, die wir einfach für euch entwickeln können. Wir brauchen nur eure Hilfe dafür. Ja. Wir brauchen eigentlich nur einen Ingenieur, der das entwickelt und wir brauchen eine Firma, die es baut. Ja. Und dann sind wir drin. Vertreiben tun wir es dann. Das ist kein Problem. Genau. Und dann ist euer Leben noch einfacher als es eigentlich schon ist. Weil wir haben alle genau dieselben Sorgen. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube das sind die Sorgen mit denen eigentlich alle Simracer, die was verändern, kämpfen. Veränderung ist immer erstmal. Du kaufst ein neues Lenkrad. Ja. Dann ist da eine Nabe schon dran. Mhm. Die du nicht abschrauben kannst. Mhm. Was machen die? Aber gut. Ist so. Dann was machst du? Du musst deine Wheelbase weiter zurück bauen. Dann fängst du schon an. Die Wheelbase weiter zurück. Musst du wieder vielleicht mit deinem Kabelmanagement gucken. Kabelmanagement. Brauchen wir gar nicht anfangen. Ist ein separates Video glaube ich. Ja. Dann können wir jetzt drei Stunden. Ich meine du hast super Kabelmanagement. Ja ja. Absolut. Definitiv. Na gut. Das ist ja eh nur eine Baustelle. Das lohnt gar nicht. Nee. Aber Kabelmanagement kannst du auch einfach nicht einfacher machen. Nee. Aber es gibt mittlerweile gibt es so richtig schöne Tunnel dafür. Die du dir an den Ding zu machen kannst. In die Nut rein. Das ist schon schön. Das ist schon gut. Aber auch das. Also für Kabelmanagement. Ich sag mal. Da kann man Verschiedenes probieren. Sobald man was verändert am Rig. Und das machen wir ja leider oft. Ja. Dann fängt das ganze Thema wieder von vorne an. Das stimmt ja. Aber darüber könntest du jetzt auch. Ist dir schon mal aufgefallen. Dass man über solche Sachen stundenlang zitieren kann. Wenn man so mit jemandem sitzt. Der genau dieselben Probleme hat. Ja. Ist doch auch schön auch zu wissen. Dass man nicht der Einzige ist. Ja. Dass man nicht alleine ist mit dem Problem. Das ist so. Je mehr Hardware man sich anguckt. Desto mehr versteht man. Warum andere Menschen sich darüber aufregeln. Ja. Oder diese kleinen Schrauben. Wo man aber nicht rankommt. Ja. Oder diese sinnlosen kleinen Schrauben. Die nicht in Sternen sind. Sondern wirklich in Inbus. Und kriegst sie nicht auf. Solche Sachen. Da siehst du noch nicht mal. Ob das Inbus oder Sternen so klein sind. Ja. Oder dass man am Rig irgendwann mal. Ein Aluprofil verschieben möchte. Und sich die Blutsteine so hart verkantet haben. Dass du das Aluprofil nicht mehr bewegen kannst. Und wenn du es bewegen kannst. Dann ist es nicht mehr schwarz. Sondern dann ist nur noch ein silberner Riss drin. Oh. Es ist alles. Wir haben alle dieselben Probleme. Ja. Absolut. Und das ist auch völlig egal. In welcher Sparte wir uns dann bewegen. Das glaube ich auch. Von klein bis groß. Jeder hat dieselben Probleme. Ja. Mhm. Was ist für dich so das Fazit nach unserem Gespräch? War das für dich auch ein bisschen reflektierend. Dass du sagen kannst. Wow. Das war eine schöne Feier. Also auf jeden Fall ist immer so ein Gespräch finde ich immer für mich. Das ist für mich immer ein bisschen Anspannung. Habe ich dir auch eingangs schon gesagt. Ja. Ich bin in so einer Situation immer ein bisschen angespannt. Warum? Kann ich gar nicht so richtig erklären. Weil ich rede ja eigentlich gern. Und ich rede ja auch einfach frei raus. Aber über manche Dinge, über die ich mir so im Alltag keine Gedanken mehr mache. Weil es für mich selbstverständlich ist. die andere vielleicht gar nicht als selbstverständlich sehen. Das zeigt mir so ein Gespräch dann doch immer, dass man, okay das ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist schon gut, was du da machst. Und ja. Also ich bin echt froh, dass du hierher gekommen bist. Kann ich nur sagen Dankeschön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Natürlich auch Danke für dieses Video, für dieses Gespräch. Hat mich echt sehr gefreut. Das machen wir übrigens nächstes Jahr nochmal. Und dann unterhalten wir uns über den neuen Seed Slider, den wir heute machen. Genau. Ihr wisst bestimmt. Schreibt es in die Kommentare. Wir wollen einen neuen Seed Slider haben. Und das Kabelmanagement und verschiedene Wheelbase. Ja, perfekt. Und dann sehen wir uns quasi in einem Jahr wieder. Heute ist der 30.11. Das heißt, am 30.11.2024 sitzen wir an derselben Stelle. Ist dann sogar am Freitag. Guck mal. Das ist sogar am Freitag. Ja. Und dann hängen draußen noch 7 Meter extra lange an. 7,5 Meter. Okay. Wir nehmen das jetzt beim Wort. Ich sage Tschüss. Dankeschön. Und wir sehen uns im 2024 wieder. Alles klar. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.